Ist es möglich? Ist es möglich? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass man Jahrtausende Zeit gehabt hat, zu schauen, nachzudenken und aufzuzeichnen? Und dass man die Jahrtausende hat vergehen lassen wie eine Schulpause, in der man sein Butterbrot isst und einen Apfel? Ist es möglich? Ist es möglich? Ja, es ist möglich. Ist es möglich? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass man trotz Erfindung und Fortschritten, trotz Kultur, Religion und Weltweisheit an der Oberfläche des Lebens geblieben ist? Ist es möglich, dass man sogar diese Oberfläche, die doch immerhin etwas gewesen wäre, mit einem unglaublich langweiligen Stoff überzogen hat, sodass sie aussieht wie die Salonmöbel in den Sommerferien? Ist es möglich? Ja, es ist möglich. Ja, es ist möglich. Ist es möglich? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass die ganze Weltgeschichte missverstanden worden ist? Ist es möglich, dass die Vergangenheit falsch ist, weil man immer nur von ihren Massen gesprochen hat, gerade als ob man von einem Zusammenlauf vieler Menschen erzählte? Statt von dem einen zu sagen, um den sie herumstanden, weil er fremd war und starb. Ja, es ist möglich. Ja, es ist möglich. Das ist Merkley. Ja, ja, es ist möglich. Ja, es ist möglich. Ja, es ist möglich. Ja, es ist möglich. Ja, es ist möglich.